Weil irgendwie so viel Geld gibt das nicht. Das hier ist irgendwie voll ausgebaut und das andere aber nicht. Aber ich will da jetzt auch kein Geld rein investieren. Das ist einfach rausgeschmissen Geld. Ich brauche wirklich irgendwas, was sich rentiert hier. Und das ist dann als nächste Station eine Kuh. Wobei eine Kuh mit Rentieren ist ja auch letztlich so, ne? Naja, 3400 haben wir dann schon mal. Das ist eine Kuh. Die Würstchen haben wir auch bald. Und so, da kann die Kuh kommen. Und ich glaube, ich bin dafür, dass wir die scheiß Hühner verkaufen. Was bringen die denn großartig, ne? So, komm, weg mit euch. So. Verarbeiten wir das letzte bisschen noch. Da haben wir jetzt auch schon, äh... Das erste Mal Milch bekommen. Okay, das ist natürlich jetzt eine Arbeit. Hier kann man nichts mehr machen. Na, warten wir erst noch die Würstchen ab. Ja, zumindest ist das eine hier. So. Drei Würstchen, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Leider erst mal nicht mehr, aber es sind immerhin 4300. Ja. Das heißt, ich kann dann schon mal Sahne machen. Das ist ja schon mal, wow. Ein enormer Fortschritt hier. Aber hey. Ich glaube, das Schwein werde ich noch behalten. Denn so eine Wurst gibt zwar jetzt nicht unmengen viel in Geld, aber besser als nöschbar. Und solange wir noch keine Butter machen können, glaube ich, ist das ganz in Ordnung. So, ein Bär können wir verkaufen. Die Würstchen können wir verkaufen. Das können wir noch so lange verkaufen. Es sind wieder 2600. 2700 kostet das Ganze nämlich. Und da kommt die Kuh schon wieder nicht mit. Komm jetzt. Walle, walle, walle hier. 3700, wenn ich jetzt das Schwein verkaufen würde. Ne, dann wären wir bei 4700. 4700, das macht der Kohl jetzt auch nicht fett hier. Aber was denn Kohl fett macht, ist die verdammte Kuh. Ich habe keine Milch verkauft, ich habe Sahne verkauft. Und mir kommt einfach nicht hinterher. Das ist so nervtötend immer. Da rege ich mich immer so drüber auf. Guck mal, wir haben nur noch 5 Minuten. Müssen aber noch unheimlich viel Geld hier investieren. Ich verkaufe 2. Und das kann weg. 4440. Das ist zumindest schon mal Butter. Ja, komm bitte jetzt hier. Dann können wir da mit dem Schwein nämlich jetzt auch vergessen. Schwein können wir jetzt verkaufen. Machen wir noch die letzte Wurst. Kuh übertreibe ich nicht, ne? Ich sage dir. eine Komma verkaufen. So. Wir brauchen ja Geld. Vier Minuten haben wir nur noch. Noch nicht mal mehr. 3.900. Was kann man hier machen? Ach, die Enzyme. Oh. Enzyme fehlen mir nur noch. Ich glaube, ich müsste das jetzt auch noch kaufen. Aber so ist das ja noch umso besser dann. So, habe ich auch wirklich alle 9. Ja. Ich verkaufe jetzt keine Butter, weil ich traue mich ja nicht wegen dieser blöden Kuh. Also bei der Kuh, da schläft man echt ein. Aufrüsten kann ich leider auch nicht, weil uns fehlt das Geld. Und wir brauchen ja auch noch ein Schaf. Aber wir bekommen ja gleich, äh, Geld. Weil das gibt ja schon mal ein bisschen was. Haben wir ja schon zwei. Aber das werden wir zeitlich trotzdem nicht schaffen. Dafür ist es auch zu anstrengend mit einer Kuh, ja. So. 15.000. Das ist, äh, ein Schaf. Ne. Zwei Minuten never ever, ey. Zwei Minuten machen wir keine, äh, sechs, äh. So, jetzt lass mich mal hier verkaufen und das verkaufen. Das sind immerhin 12.500. Vielleicht kann ich ja doch noch irgendwas machen, aber ich befürchte nicht. Ich befürchte, das wird unsere erste Niederlage hier. So, das sind 16.000. Dann gib mal hier... Das Schaf brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, 17.000. Nee, 30 Sekunden, never ever. Dafür brauchen die... Einfach viel zu lange. Zwei. Zwei fehlen uns noch. Schade. Echt schade. Boah! Habt ihr das gesehen? Ja! Mit dem Letzten! Ich hab davon... Ich war jetzt... Boah! Ich bin davon jetzt wirklich überzeugt gewesen, dass wir es nicht schaffen wegen dem Scheiß Kühlen. Ja? Boah! Ich hab... Nee, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass wir in dem Letzten... Dadurch, dass wir noch aufstocken konnten... ...dass wir da... Heieieiei... Zwei Käse bekommen haben. Boah, ist das geil! So, Level 15. Die Freude des Bäckers. Boah! 50 Rührei, 40 Eipulver. Alles klar. Da weißt du ja, wo die Reise hingeht. Wir brauchen... Wir brauchen aber eigentlich kein Schaf. Das ist das Problem. Das Geile ist aber... Ein Schaf gibt unheimlich viel... Ähm... Geld. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir wollen jetzt erstmal das hier verkaufen. Das verkaufen. Das sind schon mal 5.000. Ich werde mal das Schaf behalten. Mal gucken, was dabei rumkommt. So. Jetzt geht mir hier wieder irgend so ein Bär auf die Düse. So, dann können wir das upgraden. Das können wir kaufen. Jetzt lass mich mal überlegen. Wir brauchen... Das hier. So, das ist jetzt schon mal hier. Wieder 8.200. Das können wir upgraden. Das können wir upgraden. Das können wir upgraden. Das können wir upgraden. Wie wir lustig sind. Das können wir nochmal. Und das hier nochmal. So, dann upgraden wir dich. Dann kannst du bitte nochmal... Na, dadurch, dass wir... Na, dadurch, dass wir... Alles jetzt hier schön... Oh, scheiße. Davon. Davon. Wow. Ich sollte auch mal hier upgraden. Nein. Durch die ganzen verdampfen. Ah, ne. So viel brauchen wir nicht. Machen wir mal so. Boah. Ja, hier geht's aber jetzt hier gerade... äh, ein bisschen zur Sache. Hilfe. Nur mal so als kleine Anmerkung. Hilfe. Ich komm gar nicht mehr zum Reden, weil ihr ist nur ein Geklicke. Das hab ich auch noch nie gehabt, dass ein, äh, Lager... das ausgebaut ist. Boah. Das, das, das... ... ... Bis zum nächsten Mal.